Willkommen zur nächsten Etappe des Pro Cycling Managers. Wir müssen noch ein paar Rennen simulieren, nämlich den Grand Prix A.O. Algarve beispielsweise. Dort gewinnt Tom Dumoulin die letzte, glaube ich, ja, die letzte Etappe. Und damit auch die Gesamthetung. Zweiter wird dort Michael Kwiatkowski, Vorfallmarke Wildfutherland, dann Luis Leon Sanchez. Wir gucken mal, wo der erste aus unserer Mannschaft ist. Das ist Jaco Wenta, er wird 24. Immerhin gar nicht mal so schlecht. Wer war da noch mit dabei? Son Genzo Jim, 73. Dann haben wir Christian Sparkley auf Rang 119. Dann Johann van Zyl, 160. Aaron Brown, 162. Podgida, 172. Und Benecke, 173. Und dann haben wir noch Tesfai Abraha Haptemariam. Puh, der Name ist immer noch nicht leicht. Vorletzter wird er. Aber hey, nicht letzter. So, ich gucke gerade nochmal. Ob Sparagli hier bei irgendeiner Etappe noch eine gute Platzierung? Nö. Einfach nö. Gut. Dann gehen wir weiter. Oman-Rundfahrt simulieren wir auch einfach mal. Dort fahren Grimmay, Kudos, Ludwigsson und ich glaube Reguigui mit. So war es. Mollimar gewinnt vor Nibali und Frum. Also die Konkurrenz hier ist unglaublich stark. Kudos wurde 36. Damit 20. In der Gesamtwertung. Das ist okay. Reguigui, auch nicht schlecht platziert. Und auch Ludwigsson, 30. In der Gesamtwertung bis jetzt. Das kann sich sehen lassen. Die Konkurrenz ist halt unglaublich stark. Das darf man nicht vergessen. Preisgeld für den Giro. Leihgweiler, 2000 Euro. Sehr, sehr schön. Die stecken wir uns in die Portokasse. So. Rudolf Oman, letzte Etappe. Eine flache. Könnte noch was geben für Reguigui. Aber auch die Sprint-Konkurrenz ist sehr groß. Reguigui wird 13. Alexei Zatzevich gewinnt vor Ben Swift und Dani Wiss. Okay. Naja, so groß war die Konkurrenz gar nicht. Wenn wir die Etappe gefahren wären, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber gut. Wir gucken mal. Wen lassen wir denn eigentlich mitfahren? Bei der... Ach hier. Hier, Preisgeld Rudolf Oman. 500 Euro haben wir da immerhin gewonnen. Okay. Alles klar. Gut. Malaysia Rundfahrt. Kommt als nächstes dran. Ich weiß noch nicht, wen wir da als mitfahren lassen. Wir werden die Malaysia Rundfahrt wieder fahren. Letzte Saison. Wir erinnern uns mal kurz zurück. Wir schwägen mal kurz in der Vergangenheit. Wir erinnern uns. Letzte Saison. Ich weiß nicht, wie viele Etappen wir gewonnen haben. Kudus hat auf jeden Fall zwei gewonnen. Reguigui hat eine gewonnen. Ich weiß nicht, ob noch ein Etappensieg drin war. Auf jeden Fall drei Etappensiege. Erster Platz Kudus. Zweiter Platz Pardia. Neunter Platz Tickler Heimannot. Durch ein... Ja stimmt. Durch einen zweiten Platz mit dem Ausreizversuch. Jun Jose Kobo. Auch er ist noch unterwegs. Fährt für Turco nach wie vor. Letzte Saison. 82. Ist er in der Zweitliga-Rangliste gewesen. Zwölfter bei der Malaysia Rundfahrt. Neunter bei der King Hai Shanghai Rundfahrt. Oder? King Hai Lake? Ne, ich weiß gar nicht. Und den Istrian Spring Trophy. Die Istrian Spring Trophy hat er gewonnen. Und auch eine Etappe dort. Also gar keine schlechte Saison für Ron Jose Kobo. Natürlich nicht zu vergleichen mit... Haben wir es hier irgendwo? Jawohl. Mit dieser Saison, als er die Vuelta gewann. Ich glaube, hier wurden aber nicht alle Sachen aufgeführt, die er so gewonnen hat in seinem Leben. Denn da war noch ein bisschen mehr drin. Außer nur... Nur in Anführungsstrichen die Vuelta. 72 hat er noch am Berg. 73 am Hügel. Also er ist schon schwächer geworden. Und jetzt also die Malaysia Rundfahrt. Wir gucken sie uns nochmal an. Ist jetzt schon ein Jahr her jetzt. Eine flache Etappe. Noch eine flache. Dann der Berg. Dann flach. Dann nochmal bergig. Dann flach. Dann flach. Dann flach. Dann flach. Dann flach. Gab es nicht noch eine hügelige Etappe? Obviously not. Okay. Wen wollt ihr mitfahren lassen? Moreno Moser. Echt? Okay. Cool. Ah ja stimmt. Der kriegt Geld. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Der kriegt glaube ich 3000 Euro. Oder wir kriegen 3000 Euro, wenn er mitfährt. So. Wollte ich noch jemanden mitfahren lassen? Sollte nicht Duarte das Rennen mitfahren? Habe ich hier irgendwo einen Zettel? Moment mal kurz. Ich muss mal kurz was gucken. Habe ich hier irgendwo einen Zettel, wo ich was geplant habe? Minecraft Rezepte? Nein, das ist es nicht. Minecraft Baustellen? Nein, das ist es nicht. Was steht auf diesem Zettel hier? Auch was anderes? Also willst du mir sagen, ich habe keinen Zettel. Ist das richtig? Ich bin aber der Meinung, ich hatte einen Zettel. Na gut. Okay. Wir machen einfach mal auf gut dünken, würde ich sagen. Grimmey können wir mitnehmen. Boah, 73 hat er mittlerweile am Berg. Äthiopier. Dann Yanni Tevelde. Warum nicht? Tecler Heimannot. Warum nicht? Julak möchte ich nicht mitnehmen. Hier, Stewie können wir mitnehmen. Den können wir gerne mitnehmen. Aber wir brauchen noch einen Topfahrer. Wir haben jetzt schon sechs Fahrer dabei. Das ist natürlich schlecht. Dann lassen wir Stewie zu Hause. Wer nehmen wir stattdessen mit? Kudos wieder. Es gibt leider kein Zeitfahren. Sonst würde ich gerne auch Ludwigsson mitnehmen. Main Tears vielleicht. Nehmen wir Main Tears mit. Aber eigentlich ist es ja Kudos, ne? Eigentlich sollte es ja Kudos Rennen sein. Denn er hat das Rennen ja auch letztes Jahr gewonnen. Ich habe nur Angst, dass er auf einmal irgendein Schwergebicht teilnimmt. Das letztes Jahr nicht mit dabei war. Und dass uns dann so ein bisschen die Lust am Leben rauben will. Grimmey, Rigui, Tevelde, Tecler Heimannot, Kudos und Moreno Moser. Komm, wir vertrauen Kudos. Scheiß drauf. Wir vertrauen Kudos. Es ist natürlich auch immer die Frage, wer fährt mit? Wer nimmt an diesem Rennen teil? Letztes Jahr war das Starterfeld nicht so gut. Ich bin gespannt, wie es heute ist. Die erste Etappe. Wir sehen sie uns gleich an. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der Malaysia-Rundfahrt. Heute geht es von Kanga nach Kulim. Über 158 Kilometer. 65 Fahrer stehen nur am Start dieses Rennens. Aber wir erinnern uns, das war letztes Jahr nicht anders. Dort waren es auch nicht viel mehr Leute. Wir haben den ersten Saisonauftritt sowohl von Mera Bikudus als auch von Moreno Moser in diesem Rennen zu erwarten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Moser, es ist fast schon zu schade, ihn hier mitfahren zu lassen. Denn es ist ein Rennen, das ihm nicht unbedingt liegen wird. Viele, viele Bergetappen. Wir haben nichts, was ihm eigentlich liegen sollte. Sprich, keinerlei hügelige Rennen. Das ist ja eigentlich das, was ihm liegt. Und es gibt die erste Attacke. Wieder mal natürlich auch für die Bergwertung. Ihr erinnert euch, hier ist ja dieses komische Wertungssystem. Wir haben hier drei Bergwertungen der ersten Kategorie. Und ihr seht, was das hier für ein lächerlicher Hügel ist. Also ich gehe jede Wette ein. Jeder von euch Zuschauern würde diesen Hügel hier auch hochkommen mit dem Fahrrad. Nicht so schnell wie die Profis hier natürlich. Das mit Sicherheit nicht. Aber ihr würdet ihn hochkommen. Da bin ich mir sehr sicher. Costa gewinnt vor Daskewitz und Hilfen. Diese erste Bergwertung. Wie gesagt, erste Kategorie. Also es gibt richtig viele Punkte dafür, dass es ein sehr, sehr, sehr leichter Hügel ist. Ja, wer fährt mit bei diesem Rennen? Ein paar Namen habt ihr mit Sicherheit jetzt schon lesen können. Wer fährt mit? Wir haben natürlich mehr wie Kudos, den Vorjahressieger, auf den wir dieses Jahr wieder setzen werden. Auch Youssef Riguigu, der konnte letztes Jahr eine Etappe gewinnen, ist wieder mit am Start. Michael Matthews ist als Sprinter mit dabei. Genauso wie Keuke Lehre. Wir gucken sie uns gerade mal an. Michael Matthews, 77 sowohl im Sprint als auch in der Beschleunigung. Keuke Lehre, 74 im Sprint, 77 in der Beschleunigung. Dann haben wir Movistar am Start mit Juan José Lobato, 75 am Sprint, 77 in der Beschleunigung. Sie haben außerdem dabei. Ion Isagire, 76 am Berg. Igor Anton, 76 am Berg. Auch André Amador und Gorka Isagire sind keine schlechten Fahrer. Dann haben wir Frosès Dejeu mit Andrés Geniez, 78 hat er am Berg. Er ist auf jeden Fall mein Top-Favorit für den Rennsieg der gesamten Rundfahrt. Gefreu-Soup, 75 hat er im Sprint, 74 in der Beschleunigung. Auch Ilnur Zakarin könnte ein Wörtchen mitreden, wenn es hier um den Gesamtsieg geht. Dann haben wir Mustrev von Erapel. Auch er könnte vorne mit dabei sein, wenn es heiß wird. Das hustet er wohl eher nicht so. Dann haben wir natürlich wieder unseren Freund. Firsanov, 75 hat er am Berg. Farsanov heißt er natürlich. Denn hier im Spiel ist er unmenschlich. Im echten Leben ist er ein ganz normaler Radprofi. Dann haben wir Markus Eiberger mit dabei. Den Österreicher auch er. Kein schlechter Fahrer. Ebenso wie Markus Schweitzer. Auch er kann im Sprint vielleicht den einen oder anderen Punkt abstauben. So, und dann glaube ich, war es das auch erstmal mit richtig guten Fahrern. Ah ja, nee, hier, Irkun. Nicht zu vergessen, Ahmed Irkun. Den hatten wir schon letztes Jahr, glaube ich, hier mit dabei. Auch er wird im Sprint seine Chancen suchen und vielleicht auch finden. So, vier Fahrer sind an der Spitze mit dabei. Markus Eichler, der Deutsche aus der Stölting-Mannschaft. Den wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte euch natürlich auch ein paar Fahrer einfach mal vorstellen. Und die Mannschaft Movistar und FD Jeux machen das Tempo, wollen die Ausreißer. Also wieder einholen die vier Stück an der Spitze. 65 Fahrer ist natürlich ein sehr, sehr kleines Feld. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, es ist gar nicht unrealistisch. Denn bei solchen, ähm, bei solchen doch eher kleineren Rennen, da kommt das häufig vor. Dass echt weniger Fahrer am Start stehen, als man das vielleicht gewohnt ist von, ähm, von richtig großen Rennen. Also muss man sagen. So. Tekla Heimannot, wir gucken mal auf ihn. Denn die Ausreißer wurden eingeholt. Und wir versuchen mal mit Daniel Tekla Heimannot hier die Attacke zu fahren. Attacke also von Tekla Heimannot. Gregor Mühlberger fährt hinterher. Der Österreicher. Und das ist eine Gruppe, die erstmal, ja, die erstmal weggelassen wird. Mangel macht da nichts, macht da keine Anstalten, das Tempo hier irgendwie zu erhöhen. Also es sieht so aus, als hätten die beiden ihre Chance, um hier dem Rennen ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken. Jupp, sieht gut aus. Eine Minute Vorsprung jetzt bereits für Mühlberger und Tekla Heimannot. Beide ungefähr gleich stark. Mark Mühlberger wahrscheinlich ein bisschen stärker im Hügel und auch im Allgemeinen. Aber die nehmen sich nicht viel. So, ich würde sagen, wir schicken mal jemanden Flaschen holen. Auch vorne kann sich Tekla Heimannot gerade mal eine Flasche holen, wenn er schon hinten dran ist. Markus Eichler wollte ich euch noch vorstellen. Der hat in seiner Saison vier Siege, in seiner Karriere, sorry, vier Siege erringen können. Das war eine Etappe 2011 bei der Aserbaidschan-Rundfahrt. Dann konnte er eine Etappe gewinnen bei der Flash... Nee, die ganze, die ganze Rundfahrt. Flash du Süd konnte er 2011 gewinnen. Dann hat er das Rennen Betavus Pro Race gewonnen. Betavus. Batavus. Entschuldigung, Batavus. 2010 konnte er das Rennen gewinnen. Hört sich für mich nach Litauen an. Kann mir jemand mir nicht helfen. Und wenn jemand weiß, wo Batavus liegt, bitte Bescheid sagen. Und 2006 konnte er den... Die Ronde... Oha. Ey. Hallo, ich lese dir was gerade vor über andere Rennfahrer. Da hast du mich anzugreifen. Du Sack. Was hat der denn vor? Warum greift der jetzt an? Meint er, ich fühle ihn nicht genug? Das kann man ändern. Das kann man ändern. Gar kein Ding. Ich fühle... Ey. Ey. Ja, Mühlberger, mach nur so weiter. Ist deine Kraft, nicht meine. Wobei, meine auch. Alter, Tegler Heimernot. Es war doch klar, dass er angreift. Das hatten wir auch schon abgesprochen. So, Mühlberger. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht mit uns kooperiert. Klar, Tegler Heimernot ist letztes Jahr unter die Top Ten gefahren. Aber wir müssen einfach zusammenfahren. Ich hoffe, Mühlberger sieht das genauso. Wir müssen einfach gemeinsame Sache machen, wenn wir diesen Ausweis durchbekommen wollen. Drei Minuten Vorsprung haben wir. Also, Markus Eichler, um nochmal auf das Thema zu kommen. Gerade eben haben wir ihn gesehen. Im Trikot von Team Stölting. Dort ist er 2014 gefahren. Eine Saison. So als Leitwolf praktisch. Als erfahrener Fahrer. Hatte, meine ich zumindest, auch schon Tour de France Teilnahmen. Ich weiß jetzt nur leider nicht, wie viele aus dem Kopf. Müsste ich mal gucken. Aber da spuckt mir das Internet bestimmt auch etwas aus. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. So, wir müssen jetzt nur mal aufpassen, dass uns hier der Herr Mühlberger kein Schnippchen schlägt. Denn es ist nicht mehr lang bis zur Bergwertung. Und die gibt ja, wie gesagt, viel zu viele Punkte. Wir gucken es uns gerade mal an. Dürfen wir nicht. Na super, den Bug hatten wir schon lange nicht mehr. Wir dürfen uns nicht angucken. Auf jeden Fall gibt es zu viele Punkte. Ihr seht ja, erste Kategorie, das sind normalerweise richtig schwere, hohe Berge. Heute nicht. Heute sind es einfach nur sehr, sehr kleine, hohe Berge. Nee, eigentlich sind die nicht mehr hoch. Naja, jedenfalls, um das Thema jetzt mal zum Ende zu bringen. Markus Eichler hatte gar keine lange Profikarriere, muss man sagen. 2007 erst hat er begonnen bei Unibet.com. Das war ein Zweitliga-Team, das auch unter anderem bei der Deutschlandtour mitfahren durfte. Dort ist er gefahren. Dann ist er 2008 gewechselt zum deutschen Team. Milram dort fuhr er bis 2010, ich glaube, bis zu dem Jahr, als das Team aufgelöst wurde, oder? Wurde es 2010 nicht aufgelöst? Ich glaube schon. Ich glaube doch, das war so. 2007 bei Unibet. Können wir mal kurz gucken. Was hat er dort gerissen? Hat er dort irgendwas Tolles gewonnen? Ich achte jetzt erstmal kurz auf die Bergwertung. Danach können wir uns ja auch mal kurz Gregor Mühlenberger anschauen. Wenn ihr möchtet, der uns hier am Hinterrad hängt, der keine Führung übernimmt, warum sollte er auch? Aber wahrscheinlich greift er gleich an, um die Punkte abzustauben. Also, das ist wieder so eine Sache mit Gentleman Sports, Radsport. Natürlich greift er an die Sau. Wenn man keine Führung übernimmt in einer Spitzengruppe, dann greift man auch nicht an. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, was in Österreich scheinbar nicht gilt, Herr Mühlenberger. Herr Mühlberger, Entschuldigung. So, Tegler Heimer Note. Jetzt ist er in Front. Mal gucken, kann er das schaffen? Jetzt ist die Kraft alle. Jetzt ist die Kraft alle und er schafft es nicht. Boah, ist das eine Sau. Nö. Dann fahre ich jetzt auch nicht. Leck mich am Arsch, du der Mühlberger. Gewinnt den Zwischensprint, nachdem er genau gar nichts dafür getan hat, dass dieser Ausweisversuch erfolgreich ist. Aber im Feld muss man sagen, schlafen auch wieder alle ein. Es schlafen wieder alle ein. Es ist dasselbe Phänomen wie schon vor einem Jahr. Als nämlich ebenfalls Tegler Heimer Note in der Spitzengruppe war. Und so ist er ja auch unter die Top 10 gekommen in diesem Rennen. Eigentlich war er sogar unter die Top 5. Hat am letzten Tag noch ein bisschen Zeit verloren. Sonst wäre er unter die Top 5 gefahren bei der Malaysia-Rundfahrt. Ich glaube, Mühlberger hat einfach nur extrem wenig Einsatz. Und schaut euch mal den Vorsprung an. Der wird immer größer, obwohl ich hier gerade mit unter 50% Einsatz unterwegs bin. Also hinten im Feld macht überhaupt keiner mehr das Tempo. Jetzt ist wieder Mangel vorne von der FDG-Mannschaft. Aber der macht auch nicht wirklich ernst. Also scheinbar lässt man uns hier gewähren. Und so könnten Mühlberger und Tegler Heimer Note tatsächlich noch eine wichtige Rolle in der Gesamtwertung spielen. Oben sehen wir die Bergwertung. Stand jetzt wären also Mario Costa, Gregor Mühlberger und Laurent Mangel vorne. Alle mit 16 Punkten. Und unser Ausweisversuch hat jetzt 10 Minuten Vorsprung. Tendenz allerdings jetzt fallend. Also, die Mannschaft FDG ist aufgewacht. Ilnur Zakarin macht das Tempo. Und versucht hier wenigstens ein bisschen Zeit gut zu machen auf die beiden Ausreißer. Auf Tegler Heimer Note und Mühlberger. Gut, also Markus Eichler, wie gesagt, bei Milram unter Vertrag gewesen. Drei Jahre. Dann ist er gewechselt für drei Jahre zum Team NSP. Das war die Vorgängermannschaft von NetApp. Und das war die Vorgängermannschaft von Bora. Also, die Mannschaft gibt es heute noch. Und Markus Eichler, damit natürlich auch Teamkollege gewesen von Markus Pfoten, von Johannes Fröhlinger, von Robert Förster, Linus Gerdemann, Christian Knes. Wen hatten wir noch? Rohregger war mit dem Team. Niki Terpstra war auch Teil dieser Mannschaft. Und natürlich auch the one and only Gerald Ciolek, der dort auch für dieses Team fuhr. Gut, dann schauen wir uns Mühlberger noch an, würde ich sagen. Gregor Mühlberger. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr für die österreichische Drittliga-Mannschaft Tirol am Start. Sondern, ja stimmt, gewechselt zu Bora Argon 18. Und da greift er an, die Sau. Da greift er an. Wir fahren mal nicht den Sprint mit, sondern erhöhen einfach nur das Tempo ein bisschen. Das sollte reichen. Um hier nicht zu viel Kraft zu verpulvern. So. Reicht auch schon. Und dann gibt es in 40 Kilometern die nächste Bergwertung. 9 Minuten Vorsprung haben wir noch. Ich würde gerne, gerne, gerne diesen Ausgangsversuch so lange wie möglich am Leben halten. Turco, jetzt auch an der Spitze. Auch Team A, jetzt machen noch einige das Tempo. Ja, jetzt machen einige das Tempo. Wobei, es kann auch nur der Zwischensprint sein, den sie da interessiert. Acht Minuten nur noch der Vorsprung groß. Also, jetzt wird richtig gebolzt hinten. Also, Gregor Mühlberger. 2013 ist er Profi geworden. Ich gucke mal, warum steht hier 2011? Was hat er denn da gemacht? Internationale Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren. Dort ist er 40. geworden. Das war scheinbar seine erste Saison, in der er als Mann gefahren ist, sozusagen. Und bei der Tour du Pé de Vend. In der Schweiz wurde er 79. Bei der vierten Etappe immerhin Platz 17. Gregor Mühlberger. 2012. Ich gucke einfach mal durch, weil ich finde das echt interessant. Hat er bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Das ist allerdings jetzt schon ein Profi-Rennen. Zumindest so halbwegs. Dort hat er die Bergwertung gewonnen. Wurde bei der ersten Etappe auch 10. Was haben wir noch? European Championships im Zeitfahren. Dort wurde er 28. Dann ist er die Trofeo Carlsberg geworden. 2.N Cup. Was heißt N Cup? Weiß das jemand? Nachwuchscup vielleicht? Oder ist er 32. geworden? Das war ein Rennen in Deutschland. Und bei der Cours de la Pé Juniors. Auch 2.N Cup. In Tschechien. Dort wurde er bei der vierten Etappe 6. Und 30. In der Gesamtwertung. Also keine großen Erfolge. Als Neo-Profi sozusagen. Dann 2013. Wie gesagt. Der Wechsel zu Tirol Cycling. Was konnte er da schaffen? Bei der Tour of Al-Subara. In... Was ist denn das für ein Land? Katar ist das glaube ich. 6. Da wurde er dort in der Gesamtwertung. 3 Etappen lang dieses Rennen. Mit Prolog. Und bei allen 3 Etappen. Abgesehen vom Prolog. Kam er in die ersten 10. Nicht schlecht. Dann die U23 Weltmeisterschaften. Dort wurde er 39. Auch respektabel. Was haben wir noch? Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch. Die internationale Thüringen-Rundfahrt. Die gab es damals noch. Aber ich glaube es war auch ein Nachwuchsrennen. So. Jetzt geht es nicht mehr lange. Dann haben wir die nächste Bergwertung. 5,5 Kilometer sind es noch bis dorthin. Also konzentrieren wir uns mal ein bisschen darauf. Ich schaue nebenbei noch mal ein bisschen heimlich. Rund um Köln hat er teilgenommen. Aber nicht beendet. Und... Rund um den Finanzplatz. In der U23. Dort wurde er 28. Im Jahr 2013. Kommen wir zum Jahr 2014. Da ist er Paritur mitgefahren. Was? Ah ja. 2014 dann der Wechsel. Ne. Hä? Was? Paritur? 2014 immer noch fürs Tirol-Team gefahren. Die haben an Paritur teilgenommen. What the... Das Tirol-Team hat am Paritur teilgenommen. Das wusste ich auch noch nicht bis jetzt. So. Tekla Heimannot. Komm. Diesmal knackst du ihn. Wir greifen noch nicht an. Wir greifen noch nicht an. Jetzt greifen wir an. Komm, 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 komm. Das ist deins. Das ist deins. Deine Punkte. Tekla Heimannot. Die holt er sich. Sehr gut gemacht. Okay. Er kommt mit. Im Sprint. Mühlberger wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber mal gucken. 12 Minuten Vorsprung haben wir. Es wird also... Es wird. Komm. Wir sind mal so mutig und sagen es so. Es wird zwischen diesen beiden entschieden werden. Zwischen Tekla Heimannot und Mühlberger. Einer von den beiden wird diese Etappe gewinnen. Ganz klar. Also wenn ihr mal den Radsportmanager 2014 spielt. Boah, ich dachte schon, der greift an, die Sau. Wenn ihr dieses Spiel mal spielen solltet, geht bei der Malaysia-Rundfahrt in jede Ausreißergruppe mit einem einigermaßen guten Fahrer. Es wird gut sein. Es wird gut sein. Denn irgendwie haben die immer Probleme, die Ausreißversuche einzuholen. Ich weiß nicht genau, warum es so ist. Aber es ist jedes Mal so. So auch diesmal. So. 19 Kilometer sind es noch. Wir gucken noch mal ein bisschen auf Gregor Mühlbauer. Mühlberger. Entschuldigung. Mann, Alter. Was ist denn los mit mir? 2014. Ey, 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 ey. Das habe ich doch genau gesehen. Das habe ich doch genau gesehen. 2014. Also tatsächlich bei Paris Tour dabei, obwohl er für das Team Tirol gefahren ist. Die haben eine Einladung zur Paris Tour bekommen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, und wenn wir jetzt natürlich 16 Kilometer vom Ziel mit Attacken anfangen, dann wird das nichts werden. Er holt sich gerade Getränke. Scheiße. Habe es nicht ganz abgepasst. Ich wollte in dem Moment angreifen, in dem er Getränke holt. Das ist natürlich asozial. Aber wir erinnern uns an die erste Bergwertung. Da war er asozial uns gegenüber. Und hat da angegriffen, obwohl er nicht in die Führung mitgegangen ist. So, FD Jeu macht jetzt aber richtig Tempo. Die machen jetzt richtig Dampf. Also der Ausreißversuch wird nicht so schnell sein wie letztes Jahr. Oder wird nicht so erfolgreich sein wie letztes Jahr, als wir doch sehr, sehr viel, ich glaube 12 Minuten Vorsprung ins Ziel gerettet haben. Das war ja richtig krass. Und vielleicht sollten wir versuchen, mit einem Ausreißversuch, mit einem langen Ausreißversuch hier wegzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Mühlberger mit seinen Attacken immer wieder, auch bei der Sprintwertung zweimal, doch ein bisschen Energie verloren hat. Mehr als Teckelheimer Not jedenfalls. 9,1 Kilometer noch. Also, in Sachen Gesamtwertung denke ich, werden beide Schwierigkeiten haben. Wenn wir die 8 Minuten... Oh, da fällt jemand zurück. Das ist Eiberger. Eiberger mit einem Defekt. Markus Eiberger. Und das ist natürlich für die Buka-Sühner-Mannschaft richtig, richtig schlecht. Wundert mich, dass da keiner anhält. Eiberger mit einem Defekt. Und das ist den, ihr Mann, für die Gesamtwertung. Und das ist natürlich jetzt richtig hart. Das ist jetzt natürlich richtig hart für die Mannschaft. Buka-Sühner. Wundert mich echt, dass sich da niemand drum kümmert. So, Rigolgol. Auf den können wir auch mal schon mal ein bisschen aufpassen. Wir müssen ja nicht alles vernachlässigen jetzt. Wobei, eigentlich schon. Eigentlich können wir genau das tun. Okay. So. Wir achten natürlich weiterhin auf Tickler-Heimenot. Das ist der wichtige Mann jetzt. Sollen wir versuchen zu attackieren. Es geht jetzt noch ein bisschen bergauf. 2,7 Kilometer. Wir dürfen jetzt natürlich auch das Tempo nicht zu sehr schleifen lassen. 5,5 Minuten. Ja, also wir werden das Rennen auf jeden Fall gewinnen. Aber das Feld hinten macht halt auch Tempo, ne? Es ist scheiße, dass wir vorne sind. Es ist echt scheiße. Jetzt greift Mühlberger an. Jetzt greift Mühlberger an. Tickler-Heimenot fährt hinterher. Tickler-Heimenot gegen Mühlberger. 1,4 Kilometer Mühlberger. Natürlich mit einer schnelleren Beschleunigung. Das merkt man jetzt auch. Und Tickler... Ey, Mann. Tickler-Heimenot. Schafft es nicht. Ja, die Beschleunigung hat es ausgemacht. Am Hügel ist Mühlberger auch ein bisschen stärker. Aber irgendwie kam ich gerade auch nicht in den Windschatten von Mühlberger. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Bug war. Ich sag mal Glückwunsch. Meine ist aber nicht so. Glückwunsch an Mühlberger. So, wo ist Moser? Passt auf Kudos auf. Nein, wir brauchen ihn jetzt. Muss ich ja mal sagen. Okay. So, Regulgui. Wir gucken mal, dass wir mit Regulgui noch was ausrichten können. Mühlberger gewinnt also vor Tickler-Heimenot. Sehr, sehr schade. Da war mehr drin, würde ich sagen. Und jetzt hier nochmal der Sprint. Das fällt es. Regulgui zieht jetzt durch. Komm, Moser, du brauchst da jetzt auch nicht mehr durchziehen. Ist okay. Regulgui zieht durch. Ja, 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 ja. Gar kein schlechter Sprint von Yusef Regulgui. Wow. Alter. Das war stark. Genau gepunktet. Punktlandung. Die Kräfte perfekt eingeteilt. Und er hat sogar Michael Matthews geschlagen. Also schade, dass die Ausreißer ins Ziel kam, muss man sagen. Siegerehrung. Also, die erste Etappe gewinnt Gregor Mühlberger vor Daniel Tickler-Heimenot. Ja, Déjà-vu. Dritter Yusef Regulgui. Vierter Michael Matthews. Fünfter Ahmed Oerkun. Dann Krizanow, Sub, Sousa, Van Hecke und Michael Schweizer. Ich weiß es gerade nicht. Der Schweizer halt. In der Gesamtheitung führt damit Mühlberger vor Tickler-Heimenot. Drei Minuten 35. Dahinter Regulgui. Gefolgt von Koster, Hilven, Oerkun, Daskewitz, Matthews, Kriesnoff und Sub. Damit also das gelbe Trikot für die Mannschaft Tirol. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall an Mühlberger. Schlecht ist er ja nicht gefahren. In der Sprintwertung führt ebenfalls er. Vor Tickler-Heimenot, Regulgui und Matthews. In der Bergwertung führt Daniel Tickler-Heimenot gemeinsam mit Gregor Mühlberger. Dritter Mangel, dann Koster, Daskewitz, Hilven, Lebon, Eichler, Regulgui und Grimay. Auch die haben Bergpunkte bekommen. Da seht ihr einfach, wie viele Punkte es einfach zu viel gab. Und in der Nachwuchswertung führt Gregor Mühlberger vor Regulgui und Hilven. Da könnte er eine Chance haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, Kudus fällt auch noch in die Nachwuchswertung. Also es wird schwer werden. Fast 4 Minuten sind zu wenig, würde ich sagen. Und in der Teamwertung. Dort führt MTN Kubica vor Tirol Cycling und vor Oika Green Edge. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir Tirol Cycling in der Mannschaftswertung irgendwo vorne sehen. Oder dass wir Tirol überhaupt irgendwo vorne sehen. Also Respekt Tirol, Respekt Gregor Mühlberger. Auf den wir jetzt gar nicht mehr viel eingegangen sind. Komm, wir machen das jetzt gerade noch fertig. Also 2014 ist er, wie gesagt, für die Mannschaft Tirol gefahren. Paris Tour teilgenommen, nicht beendet. Sparkassen-Giro ist er mitgefahren. Münster-Giro vielmehr. 70. geworden. U23-Weltmeisterschaft in Spanien. 37. geworden. Im Zeitfahren 34. Da haben wir noch gute Tour. Bohemia. Aha, Bohemia Interactive. 8. geworden. Bei der USA Pro Challenge. Ein Rennen der Org-Kategorie. 2.HC. Vierter in der Nachwuchswertung geworden. Dann... Österreich-Rundfahrt. Sechster in der Bergwertung. Naja, immerhin. Oh ja, Zweiter in der österreichischen Meisterschaft geworden. Und österreichischer U23-Meister. Zweiter auch im Zeitfahren der österreichischen Meisterschaft. Oh, bei Österreich-Rundfahrt wurde er Zweiter. Hat dort eine Etappe gewonnen, immerhin. Also in Österreich schon sehr, sehr erfolgreich gefahren. Diesem Jahr. 52. Auch bei Rund um Köln geworden. Für das Tirol-Team. Dann 2015 der Wechsel. Zu Bohra. Argon 18. Tour de la Vignette. Wurde er Elfter. Also Endcup ist scheinbar Nachwuchskup. Dann bei der Tschechien-Rundfahrt konnte er zwei zweite Etappenplätze erringen. Einmal in der Etappe. Einmal im Zeitfahren. Dann fünfter der österreichischen Meisterschaft auch im Zeitfahren. Oberösterreich-Rundfahrt konnte er gewinnen in diesem Jahr. Dann der internationale Raiffeisen Grand Prix Judendorf Straßengel. Straßengel. Ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Den konnte er auch gewinnen. 1.2. Und die Oberösterreich-Rundfahrt ist übrigens ein Kategorie 2.2-Rennen. Die gibt es ja hier im Spiel nicht. So, dann hätten wir das. Und den Grand Prix Isola. 1.2 in Slowenien, glaube ich, ist das. Konnte er auch gewinnen. So, und dann kommen wir noch aufs Jahr 2016. Das ist ja jetzt gerade aktuell. Dort ist er bis jetzt nicht viel Rennen gefahren. Trofeo Polenca Port de Andratz. In Spanien 1.1 Kategorie 30. geworden. Trofeo Serra de Tramundana 1.1 Kategorie 70. geworden. Und die Route of Roman ist er mitgefahren. Seine beste Etappenplatzierung war auf der ersten Etappe Platz 41. Und in der Gesamtwertung wurde er 92. Also, wenig erfolgreich in diesem Jahr. Aber Zeitpunkt der Aufnahme ist ja auch erst der 9. März. Also, von daher, da ist ja noch viel drin. Gut, das war es von der ersten Etappe. Der Malaysia-Rundfahrt. Wir haben also tatsächlich Markus Eilbecker, der heute richtig Zeit verliert. 4 Minuten auf alle anderen. Das ist zu viel. Das ist zu viel für Markus Eilbecker. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Gesamtsieg hier bei der Malaysia-Rundfahrt. Ey, Kao Simplon, ey. Das war auch ein geiles Team. Über das Team rede ich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dann.